Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kickers Offenbach, Regionalliga Sudwest, 2022-2023, sechster Spieltag. Kickers Offenbach gegen VfR Allen, Ergebnis 3 zu 1. Start 11, Kickers Offenbach, Engel, Britenbach, Zähling Kiki, Markus, Japek, Sarik, Dreyfunger, Karika, Werner, Lemaer, Knöl. Start 11, VfR Allen, VtVt, Just, Jtub, Jtub, Babas, Heckmann, Mein, Grob, Stenz, Abusia, Erakalen, WFW, Fest, Err, Das war es, von Kickers Offenbach, Gegen VfR Allen, 9.30 Uhr.